Unser WLAN-Gateway können wir auch in Kombination mit unserem WA500-Antrieb und dessen 500er Steuerungen verwenden. Hierzu verbinden Sie bitte das mitgelieferte Systemkabel vom WLAN-Gateway zum Antrieb. Zusätzlich benötigen wir noch einen HAP-Adapter. Diesen Adapter können Sie als Set mit dem WLAN-Gateway bestellen. Wenn Sie bei der Erst-In-Betriebnahme direkt die gesamte Verbindung komplett haben, wird das Gerät automatisch erkannt und die Funktion steht Ihnen vollständig zur Verfügung. Wenn Sie in der Nachrüstung das WLAN-Gateway installieren, dann benötigen wir dafür einen Bus-Scan. Wir kontaktieren unser Gerät mit der HCP-Schnittstelle unserer Steuerung. Dann können wir den Bus-Scan durchführen. Dazu betätigen wir einmal die PRG-Taste in unserer Steuerung, bis das Display viermal die Null zeigt. Wenn unser Display viermal die Null zeigt, wählen wir das Menü 99 an. In dem Menü 99, damit wir die Parameter aktivieren, betätigen wir die Stop-Taste. Wir benötigen Parameter Nummer 2 und halten jetzt die Stop-Taste so lange gedrückt, bis BS im Display erscheint. Jetzt wird der Bus-Scan durchgeführt und uns werden dann die angeschlossenen Bus-Teilnehmer angezeigt. Sobald eine Ziffer hinter BS aufleuchtet, ist der Bus-Scan durchgeführt. Wir sehen jetzt BS und eine 1. Ein Teilnehmer ist angeschlossen. Wir können das bestätigen über die Stop-Taste und gehen dann in das Betriebsmenü viermal die Null, betätigen einmal die Stop-Taste und unsere Steuerung ist im Betriebsmodus.